So meine lieben Freunde, damit ein herzliches Willkommen zurück zu King Kong. Ja Leute, wir machen weiter hier und schauen mal rein. Weil sonst haben wir auch nichts anderes zu tun, glaube ich. Ja, wir gehen wieder auf Dinojagd Leute, würde ich sagen. Also ich muss sagen, der war echt richtig dämlich jetzt. Äh, ja, I guess. Also ich hätte auf jeden Fall Bock auf ein Survival Game auf dieser Insel, mit derselben Atmosphäre. Hätte ich schon Bock drauf. Oh ne. Was ist denn das für ein Aim? Das darf doch nicht wahr sein. Warum haben wir denn so wenig Speerritter? Ja. Ja. Ich auch. Was ist denn das scheiß Feuer eigentlich? Gibt es überhaupt kein Feuer mehr hier? Ja. Warum geht der denn auf mich? Sieht das so aus, als ob es mir gut geht? Du Affe. Ja. Junge ey. Dieses Level geht mir echt jetzt schon auf den Sack. Oh. Ja. Ja. Und dann? Ja. Boah, Junge, was ist denn das für ein Aim? Ich habe hier kein Speer mehr. Na doch hier, okay. Hallo? Boah, Junge, irgendwie gehen die Viecher mir ein bisschen auf die Eier. Ja, ja. Ich finde es doch schön, dass der mindestens mal in Deckung wird, ey, und ich den nicht noch schützen muss. Ach, Mann, ist das witzig, ey. Oh-oh. Oh-oh, du machst was mit? Oh-oh. Oh-oh. Was ist das? Ist da nicht nur Platz für eine Person? Hallo, ich bin da. Toll. Danke für nichts. Geil. Oh, kann ja nur scheiße werden. Sind die eigentlich Gegner im Wasser? Ich hoffe nicht. Oh, ist das schön, dass ich hier wieder keine Sperre habe. Das heißt, ich darf jetzt immer hier runter rennen. Ich bin da. Mach es doch. Oh Gott. Alter, warum so viele? Warum so viele? Was habe ich denn getan, Mann? Was? 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 Alter, darf doch nie wahr sein. Was? 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 Hat ja. Oh. 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 Was hingewel? jetzt jetzt kommen sie an oder Leute ich muss sagen das ist schon echt eine mega geile Aussicht hier wer war jetzt ungeplant eigentlich tut mir echt nicht leid na komm geht doch ja hier wird bestimmt kein gegner drin sein oh man das sieht irgendwie nicht leicht aus ach oh scheiße hier hab nix mehr wie komm ich da hoch oh oh ich hatte doch gerade hier so n ob ich da hinten reingommen aua 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 oh fuck bistig noch ein bisschen laggy hier unterwegs nix war ach warte mal hier 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 wo geh denn jetzt hab Oh, B. Oh, Nice, den brauchen wir, aber ich kann mir gut vorstellen, jetzt kommen hier wieder Gegner, oder? Nee, scheinbar nicht, hm, diesmal. Ein Reserve-Magazin. Das ist nicht viel. Level Up. 2 Reserve-Magazine. Oh, warum sind schon wieder so viele von diesen Flutter-Fiechern hier, ey? Alter, die Aussicht wird auch immer geiler, ne? Aber irgendwie habe ich das Gefühl, das wird jetzt nicht gut ausgehen. Oh, okay. Oh, okay. Oh, Junge Evo. Oh, das wird jetzt schmerzhaft. Oh, nein. Oh, unsichtbare Wand, cool. Oh, dann gehen wir mal in den Tempel des Todes hier. Alter, diese Kulisse, ey. Oh, gut, man. Sollen wir ihn mal aufhecken? Hallo? Ich wette, wenn wir jetzt hier theoretisch 15 Stunden oder so sitzen würden, oder schwimmen würden, wir würden trotzdem ihn anschauen. Wetten? Oh, hi. Was soll ich denn jetzt machen? Darf ich mir jetzt ihn angucken, wie er schläft, oder was? Ach so. Ich komme zu dir, renn weg. Nice. Was ist das Kleid? Wasser? Keine gute Idee. Und jetzt? Oh nein. Da, das darf doch alles nicht mehr wahr sein, ey. Das darf doch alles nicht mehr wahr sein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Was ist das überhaupt für ein Ziel? Was soll ich machen? Och nö, noch mehr davon. Das ist ein Blutegel oder so ein Scheiß? Das Problem ist Leute, es ist so lange her, ich weiß nicht mehr die... Die Steuerung. Die Steuerung. Die Steuerung. Und die Steuerung. Und die Steuerung. Und die Steuerung. Kann ich irgendwas machen oder so? Ich weiß nicht. Sieht jetzt aber ehrlich gesagt auch nicht so aus. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Er ist viel lebt immer noch? Ah. Okay, es war scheinbar nur ein Arena-Kampf. Es war anscheinend nur ein Kampf. Was? Äh. 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 Okay. Oh, schon wieder ein Floß. Wie praktisch. Danke. Für was? Fürs hierbleiben. Dass du mich geholt hast. Ich wusste gar nicht, dass Autoren so mutig sind. Das wusste ich allerdings auch nicht. Kannst du, Herr wird uns den ganzen Weg verfolgen? Darauf kannst du dein Leben verwetten. Was willst du tun? Ihn lassen. Nicht wie ein Monster behandeln. Ihn nicht zu etwas machen, was er nicht ist. Wir sollten alle so schnell wie möglich diese Insel verlassen, Jack. Wir gehören hier nicht hin. Wie warst du dann schon immer so einen Einzigen Lieben? 확! Ja! Das wird jetzt kein gutes Ende nehmen. Lass sie machen. Warum? Oh, deswegen. Lass mich raten, wir müssen dahin. Das war nicht wie, aber geht schon schief gehen. Wo Affe? Affe? Irgendwo. Das ist er. Das ist Korn. Er sucht nach uns. Wir ziehen ihn besser weiter. Alles klar, Jack! Schnell! Oh, komm, komm. Ich weiß es einfach. Wenn sie versuchen, ihn in eine Pfanne zu locken, wird er kämpfen. Und sobald Menschen sterben, werden sie ihn töten. Wir können es nicht aufhalten. Jetzt müssen wir an dich denken. Wir müssen dich von dieser Insel runterbringen. Oh mein Gott! Hä, waren wir hier nicht schon mal? Kommt mir so bekannt vor. Ja Leute, jetzt den ganzen Weg zurück. Scheinbar. Oh nö. Hä? Habe ich keine Waffe? Warum habe ich keine Waffe? Was denn? Oh oh. Oh oh. Das darf doch nicht wahr sein. Das darf doch nicht wahr sein. Das darf doch nicht. Oh, wie schlecht. Not bad. Was hier lang? Kubus hier lang. Erotisch. Lass mich raten. Der kommt uns jetzt hier entgegen. Och nee. Willst du mich verarschen? Was soll ich denn machen jetzt? Oh, oh. Hallo, sup. Tschüss. Oh, po bisschen. Ja, dasbbe Shouldn't. Was soll ich das sehen? Oh, oh. Lass dich mal verbrennen da. Ach Junge ey, warum so viel Gras hier? Ähm, eklig. Ja, ich hab halt kaum Sperer hier und die paar die hier liegen, die muss ich verschwenden für scheiß Gras, was soll ich machen? Wir sind fast an der Mauer. Oh, schön. Oh ja. So. Really? Lass mich warten. Ich muss mich jetzt verteidigen mit einem Speer. Oh Mann. Oh Mann. Nein. Oh ihr dumme Idioten ey. Ich seh noch nicht mal wohin. Ach Junge ey, die gehen mir so auf den Sack. Ich komm doch noch nicht mal dran. Was soll ich machen? Kann ich irgendwas schmeißen vielleicht? Oh. Nein. Nein. Hallo. Hallo. So. Jetzt. Jetzt kommst du noch. Jetzt aber. Es geht. Hallo? Ich weiß gar nicht, wohin. Kann ich die absetzen? Ah, okay. Achtsam. Oh, oh. Nein, 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 nein. Nicht gut. Ich bin aber ein Affe, ich höre nicht auf dich. Ich bin ja ein bisschen broke gerade. Da-dämm. Ähm. Oh. Ups. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich würde sagen, bevor wir ins Finale einsteigen, werden wir erstmal einen kleinen Cut machen. Dann machen wir im nächsten Part weiter. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Dann sehen wir uns wieder im nächsten Part und wahrscheinlich auch im letzten Part von King Kong. Haut da rein. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.